Alina Buchschacher Alina Buchschacher ist die neue Miss Schweiz. Die 20-jährige Bernerin mit karibischen Wurzeln hat sich Lugano gegen ihre elf Konkurrentinnen durchgesetzt. Die Handlausschülerin kann ihr Glück kaum fassen. Ich hatte es nicht erwartet, als ich unter der Übung war. Aber ich zitterte am ganzen Körper. Es ist so ein schönes Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wie sie gerade sie gewonnen hat, weiss Alina nicht. Vielleicht liegt es an ihrer Ausstrahlung. Sie ist nämlich frisch verliebt. Alina glaubt nicht, dass das Missenjahr ihrer Beziehung schaden könnte. Ich hoffe, dass uns das noch mehr zusammenschweisst. Es ist auch schön, wenn man sich halt mal das Moment nicht sieht. Es ist dann auch die Freude umso schöner, wenn man sich wieder sieht. Und ich denke, es ist nicht so, dass wir auseinander gehen würden. An Romu und ihre Person ist Alina schon etwas gewöhnt. Sie ist nämlich am Tieren die Miss Bern. Eine Schlagzeile will Alina aber auf keinen Fall über sich lesen. Vielleicht, dass ich dumm bin. Wieso? Je nachdem, wenn dann Wissensfragen kommen. Man weiss halt nie. Wenn man eine nicht beantworten kann. Dann heisst es ja, du bist weit zu dumm. Aber ja, ich würde probieren, das Gegenteil zu beweisen. Ihre Vorgängerin Kerstin Cook hat diese Sorgen jetzt hinter sich. Und freut sich vor allem auf etwas. Also jetzt ist dann die Abschlussparty von mir. Also will ich sicher so richtig einen innen drinnen. Und eins ist klar, Otolina wird an diesem Abend so richtig feiern.